6 Welche Erkenntnis ziehen wir aus dem Studium von Moadibs Vater? Herzog Leto Atreides war ein Mann von überragender Herzlichkeit und überraschender Kühle zugleich. Es gibt viele Anzeichen, die uns dieses Bild von ihm beweisen. Seine ungebrochene Liebe zu seiner Bene Gesserit-Dame, die Träume, die er in seinem Sohn weckte, die Ehrfurcht, mit der die Männer, die ihm dienten, ihn behandelten. Er war ein Mann, der unausweichlich mit seinem Schicksal verstrickt war, eine einsame Gestalt, deren Glanz vor der Herrlichkeit seines Sohnes verblasste. Und doch sollten wir uns fragen, was ist der Sohn anderes als das Ebenbild des Vaters? Aus Bemerkungen zur Familie des Moadibs von Prinzessin Irolan Paul sah, wie sein Vater den Trainingsraum betrat und seine Leibwächter sich vor der Tür aufstellten. Einer seiner Männer schloss die Tür. Wieder einmal hatte Paul das Gefühl, dass dieser Mann allgegenwärtig war. Der Herzog war groß. Seine Haut hatte die Farbe von Oliven. Sein schlankes Gesicht wirkte abgemagert. Seine tiefgrauen Augen waren voller Wärme. Er trug eine schwarze Uniform, auf deren Brust der rote Falke leuchtete. Um seine Hüften war ein Schildgürtel geschlungen, dessen Abnutzung vom ständigen Gebrauch zeugte. Du steckst tief in der Arbeit, mein Sohn. Der Herzog trat an den Tisch heran, registrierte die darauf ausgebreiteten Papiere und suchte Pauls Blick. Er fühlte sich müde und war sich schmerzlich bewusst, dass er seine wahre Stimmung unterdrücken musste. Ich muss jede Gelegenheit nutzen, um mich während der Überfahrt auszuruhen, dachte er. Denn auf Arrakis wird es keine Gelegenheit mehr dazu geben. Nicht wirklich, sagte Paul. Es ist alles so. Er zuckte mit den Schultern. Nun, morgen sind wir weg von hier. Es wird wunderbar sein, wenn wir erst einmal in unser neues Zuhause eingezogen sind und die Hektik der letzten Wochen vergessen können. Paul nickte und im selben Moment erinnerte er sich daran, was die ehrwürdige Mutter gesagt hatte. Es gibt keinen Ausweg für den Vater. Vater, begann Paul. Wird es auf Arrakis wirklich so gefährlich sein, wie alle sagen? Der Herzog zwang sich, eine freundliche Geste zu machen. Er setzte sich an den Rand des Tisches und lächelte. Eine ganze Reihe von Antworten schoss ihm durch den Kopf. Und er dachte an die Worte, die er zu seinen Männern sagen würde, bevor sie in die Schlacht zogen. Und jede Antwort verblasste, bevor er sie aussprechen konnte. Das ist mein Sohn. Es wird gefährlich sein, gab er zu. Havard hat mir erzählt, dass es einen Plan gibt, wie wir uns mit den Fremen zusammentun können, sagte Paul. Warum erzähle ich ihm nicht, was die alte Frau über ihn gesagt hat? Wie hat sie es geschafft, meine Zunge zu stoppen? Da die Angst in Pauls Stimme für den Herzog unüberhörbar war, antwortete er. Wie immer sieht Havard in diesem Fall immer nur das Schlimmste. Aber es gibt auch eine Reihe anderer Möglichkeiten. Die Mafia zum Beispiel. Als ihre Majestät mir Arrakis schenkte, gab sie mir auch einen Posten im Aufsichtsrat. Ein kleiner Gewinn, aber ein nicht zu unterschätzender. Dieses Unternehmen kontrolliert den Gewürzhandel, sagte Paul. Und Arrakis, wo ein wichtiges Gewürz wächst, ist genau der Weg, der ins Innere von Mafia führt. Hat dich die ehrwürdige Mutter schon gewarnt? Platzte es aus Paul plötzlich heraus. Er ballte die Fäuste und spürte, wie seine Handflächen feucht wurden. Es war unfassbar, wie viel Mühe ihn diese Frage gekostet hatte. Havard hat mir erzählt, dass sie dich mit ihren Befürchtungen über Arrakis erschreckt hat, antwortete der Herzog. Lass dich nicht von den Ängsten einer alten Frau verunsichern. Keine Frau kann es ertragen, wenn die, die sie liebt, sich unbekannten Gefahren aussetzen. Und bestimmt war für diese Warnungen irgendwie auch deine Mutter verantwortlich. Du solltest dies als Zeichen ihrer Liebe zu uns sehen. Weiß sie etwas über die Främen? Ja, und noch ein bisschen mehr. Und was? Der Herzog dachte nach. Die Wahrheit mag schlimmer sein, als er jetzt denkt. Aber selbst die gefährlichsten Tatsachen werden beherrschbar, wenn man sie kennt. Aber selbst wenn meinem Sohn in dieser Hinsicht nichts entgangen ist, muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht zu sehr belaste, denn er ist noch sehr jung. Es gibt nur wenige Produkte, die nicht der Mafia-Kontrolle unterliegen, erklärte er. Holz, Esel, Pferde, Kühe, Dung, Raubfische, Walfälle. Hauptsächlich prosaische oder sehr exotische Waren. Und nicht einmal der arme Pundireis aus Kaladan. All dies wird von der Gilde transportiert. Ob es sich nun um Kunstgegenstände aus Ekats oder Maschinen aus Rikese oder X handelt. Aber all das ist nichts im Vergleich zu Melange. Für eine Handvoll dieses Gewürz enthält man einen Palast auf Tupile. Es ist unmöglich, dieses Gewürz in einer Fabrik herzustellen. Es muss auf Arrakis abgebaut werden, weil es einmalig ist und echte, altershemmende Wirkung besitzt. Und wir haben es jetzt unter Kontrolle. Bis zu einem gewissen Grad. Wie du sicher weißt, leben alle hohen Häuser praktisch von den Gewinnen, die ihnen die Gesellschaft einbringt. Und der größte Teil dieses Gewinns stammt aus dem Gewürzhandel der Allianz. Man kann sich leicht vorstellen, was passieren könnte, wenn dieser Handel irgendwie eingeschränkt würde. Wenn man also genug Melange hortet, kann man daraus das Geschäft seines Lebens machen, überlegte Paul. Während die anderen am Ende wären. In diesem Moment empfand der Herzog ein Gefühl grimmiger Genugtuung. Er sah seinen Sohn an und erkannte, wie einzigartig genau, wie unglaublich schnell er verstanden hatte und wie scharf sein Gedankengang war. Er nickte. Und seit mehr als zwanzig Jahren haben die Harkonnen nichts anderes getan, als Melange zu horten. Sie werden versuchen, den Gewürzabbau zu stoppen und dich dafür verantwortlich machen. Sie wollen den Namen Atreides unmöglich machen, erklärte der Herzog. Bisher war unsere Position im Lanzraat unangefochten. Ich werde sogar als zukünftiger Sprecher gesehen. Und jetzt stell dir mal vor, wie alle hohen Häuser reagieren werden, wenn es so aussieht, als würde ich ihre Gewinne schmälern. Schließlich stehen sie an erster Stelle und zweitens soll der große Konvent den Teufel holen. Schließlich darf man sich nicht zum Bettler machen lassen. Ein bitteres Lächeln grub sich in die Züge des Herzogs. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, werden sie damit beschäftigt sein, in die andere Richtung zu starren. Auch wenn wir mit Atomwaffen angegriffen werden? Nein, das kommt nicht in Frage. Niemand würde die große Konvention offen brechen. Aber etwas anderes, etwas, das man im Dunkeln tun kann, vielleicht mit Gift? Warum fahren wir dann überhaupt nach Arrakis? Paul! Die Stirn des Herzogs runzelte sich, als er seinen Sohn ansah. Wenn du weißt, wo die Falle ist, dann ist das zumindest eine Möglichkeit, sie zu umgehen. Es ist wie ein Kampf Mann gegen Mann, mein Sohn, nur auf einem größeren Feld. Eine Finte gegen eine Finte gegen eine Finte. Und so weiter und so fort. Die Aufgabe besteht darin, auf keine von ihnen hereinzufallen. Da wir wissen, dass die Harkonnen Melange horten, müssen wir uns die folgende Frage stellen. Wer unterstützt sie? Dann wissen wir, wer unsere Feinde sind. Und wer? Es gibt einige Häuser, die uns immer offen feindlich gesinnt waren, aber auch solche, die wir für unsere Freunde hielten. Es hätte wenig Sinn, sie jetzt ausfindig zu machen, denn es gibt mindestens einen Feind, gegen den alle anderen verblassen. Und das ist niemand anderes, als unser geliebter Padishak-Kaiser. Mit knochentrockener Kehle versuchte Paul zu schlucken. Könntest du nicht den Lanzraat einberufen um, solltest du deinem Feind sagen, dass du schon lange weißt, in welcher Hand er das Messer versteckt hat? Ach, Paul, wir wissen, dass er es hat und wo. Aber danach werden wir es nicht mehr wissen. Wenn wir den Lanzraat informieren, wird das erst einmal Verwirrung stiften. Natürlich würde der Kaiser die Anschuldigungen zurückweisen. Wer würde es dann wagen, ihn der Lüge zu bezichtigen? Alles, was wir erreichen würden, wäre eine kleine Verzögerung. Und die Richtung, aus der der nächste Angriff kommen würde, wäre nicht so schnell bekannt. Und alle anderen Häuser würden auch Melange horten. Unsere Feinde haben einen uneinholbaren Vorsprung. Er ist zu groß, um ihn einzuholen. Der Imperator, sagte Paul. Das gilt auch für die Sardaukar, die zweifellos in der Uniform der Hakonnen auftreten werden, fügte der Herzog hinzu, ohne auch nur einen Funken ihres militaristischen Fanatismus zu verlieren. Ich frage mich, ob die Främen uns nicht gegen sie helfen können. Hat Havad dir von Salusa Sekundus erzählt? Der Gefängnisplanet des Imperators? Nein. Was würdest du sagen, wenn es mehr als nur ein Gefängnisplanet wäre, Paul? Ist dir nie aufgefallen, dass niemand weiß, woher diese Sardaukar kommen? Wie? Von diesem Gefängnisplaneten? Irgendwoher müssen sie ja kommen. Aber man sagt, dass Salusa Sekundus, das sollen wir doch glauben. Dass sie nichts anderes sind als speziell ausgewählte Freiwillige, die von klein auf im Sinne des Kaisers erzogen und gedrillt werden. Man hört selten etwas über die Ausbildungskarte des Imperators, und bei den kaiserlichen Truppen würden ohnehin nur die Gleichgewichte gewahrt bleiben. Hier sind die Truppen der Lanzra'at der Hohenhäuser, dort sind die Sardaukar des Imperators. Aber nach allem, was man hört, ist Salusa Sekundus die reine Hölle. Niemand bezweifelt das. Aber wenn man eine harte, gnadenlose Armee aufstellen will, in welchem planetarischen Umfeld würde man das tun? Aber wie kann man die Loyalität solcher Männer gewinnen? Es gibt eine Reihe von Methoden, zum Beispiel sie davon zu überzeugen, dass sie eine Superrasse sind, kombiniert mit einer mystischen Philosophie, die durchgesetzt werden muss. Es ist machbar. Das war schon zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Welten möglich. Paul nickte. Seine Aufmerksamkeit war ganz auf das Gesicht seines Vaters gerichtet. Irgendwie faszinierte ihn das alles. Und nun stell dir Arrakis vor, erklärte der Herzog. Wenn man das Haus, die Stadt oder die Garnison dort verlässt, unterscheidet sich die Welt nicht mehr wesentlich von Salusa Sekundus. Mit großen Augen sagte Paul, Die Främen! Sie verfügen über ein Potenzial, das kaum weniger mächtig und tödlich ist, als das der Sardaukar. Es wird viel Geduld einfordern, unsere Sache zu ihrer eigenen zu machen. Und viel Geld, um sie auszurüsten. Aber die Främen sind hier. Und das Geld aus dem Gewürzhandel auch. Ich bin sicher, du verstehst jetzt, warum wir nach Arrakis gehen, obwohl wir genau wissen, dass der Planet eine Falle für uns ist. Wissen die Harkonnen denn nichts über die Främen? Sie verachteten sie und jagten sie in ihrer Arroganz wie Tiere. Sie haben nicht einmal versucht herauszufinden, wie viele sie sind. Aber die Politik, die die Harkonnen gegenüber der Bevölkerung ihrer Planeten verfolgen, ist für uns nichts Neues. Wir nehmen so wenig wie möglich Notiz von ihnen. Als der Herzog die Position wechselte, blinkten die Klammern, die den roten Falken hielten. Ist dir jetzt alles klar? Wir verhandeln also bereits mit den Främen, spekulierte Paul. Ich habe eine Einheit unter dem Kommando von Duncan Idaho geschickt, erwiderte der Herzog. Er ist ein stolzer und rücksichtsloser Mann, unser Duncan, aber gleichzeitig ein Fanatiker der Wahrheit. Ich gehe davon aus, dass die Främen ihn mögen werden. Wenn wir Glück haben, werden sie uns mit ihm messen. Duncan, der Moralist. Duncan, der Moralist? Wiederholte Paul. Und Gurney, der Mutige. Du nennst sie bei ihrem richtigen Namen. Und Paul dachte, Gurney ist einer von denen, die die ehrwürdige Mutter meinte, die Tapferkeit der Tapferin. Gurney hat mir erzählt, dass du heute sehr gut gekämpft hast, sagte der Herzog. Das hat er mir nicht gerade gesagt. Der Herzog lachte laut auf. Ich habe ihn angewiesen, mit jeglichem Lob ein wenig sparsam zu sein. Er sagte, du würdest den Unterschied zwischen einer Schneide und einer Spitze zu schätzen wissen. Gurney sagt auch, dass es keine Kunst sei, jemanden mit der Spitze zu töten. Dass man darauf achten solle, dies auch mit der Schneide fertig zu bringen. Gurney ist ein Romantiker, brummte der Herzog. Es ärgerte ihn ein wenig, dass das Gespräch mit seinem Sohn plötzlich auf das Töten gekommen war. Ich wünschte, du müsstest überhaupt niemanden töten. Aber wenn die Zeit gekommen ist, dann tu es auf die Art, die du kennst. Mit Schneide oder Klinge. Er blickte hinauf zum Dachfenster, auf das der Regen trommelte. Paul folgte dem Blick seines Vaters und erinnerte sich an den feuchten Himmel dort draußen. Ein Ereignis, das es auf Arrakis noch nie gegeben hatte. Und der Gedanke daran führte ihn gedanklich hinaus ins All. Sind die Schiffe der Gilde wirklich so groß? fragte er. Der Herzog sah ihn an. Ich hatte vergessen, dass du Kaladan zum ersten Mal verlässt. Er nickte. Ja, sie sind sehr groß. Sie sind so groß, dass alle unsere Fregatten und Transporter zusammen nur einen Bruchteil der Ladekapazität eines Gilden-Highliners einnehmen. Und wir müssen unsere Fregatten nicht allein lassen. Ihre Sicherheit ist im Preis inbegriffen. Selbst wenn die Schiffe der Harkonnen direkt neben uns wären, müssten wir uns keine Sorgen um sie machen. Die Harkonnen würden sich hüten, ihre Weltraumprivilegien aufs Spiel zu setzen. Ich würde gerne einmal von einem Bildschirm aus versuchen, einen Gildenmitglied zu sehen. Das wird kaum möglich sein, denn nicht einmal ihre Vertreter bekommen sie je zu Gesicht. Die Gilde hütet ihr Privatleben ebenso streng wie ihr Monopol. Ich hoffe, du tust nichts, was unsere Privilegien gefährden könnte, Paul. Hältst du es für möglich, dass sie sich verstecken, weil... weil sie mutiert sind und... nicht mehr menschlich? Der Herzog zuckte mit den Schultern. Wer weiß? Auf jeden Fall gibt es ein Geheimnis um sie herum, das noch niemand entdeckt hat. Aber wir haben im Moment andere Probleme und eines davon bist du. Ich? Deine Mutter wünschte sich, dass ich es dir sage, Junge. Wir schließen nicht aus, dass du die Fähigkeiten eines Mentaten hast. Paul starrte seinen Vater an und war zunächst nicht in der Lage, etwas zu erwidern. Dann fragte er erstaunt. Ein Mentat. Ich. Aber das... Auch Havard ist dieser Meinung. Aber... Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Erziehung eines Mentaten in seiner frühesten Kindheit beginnen muss und dass er nie davon wissen darf, weil dieses Wissen... Er brach abrupt ab und wurde sich plötzlich der Erziehung bewusst, die er erhalten hatte. Jetzt wird mir einiges klar, sagte er schließlich. Eines Tages muss der zukünftige Mentat endlich erfahren, was mit ihm geschehen ist. Von da an gibt es keine Geheimhaltung mehr und die weitere Ausbildung kann nur mit seinem Wissen fortgesetzt werden. Einige setzten sie fort, andere scheuen sie. Nur ein geborener Mentat ist in der Lage, den richtigen Weg für sich zu wählen. Paul rieb sich mit der Hand über das Kinn. Das ganze Training von Havard und seiner Mutter, das Gedächtnistraining, die ständigen Ermahnungen, wachsam zu bleiben, die Muskelübungen, die richtige Benutzung seiner Sinne, Sprache und Stimme studieren. Alles erschien ihm jetzt in einem völlig neuen Licht. Eines Tages, sagte der Herzog, wirst du der Herzog sein, mein Sohn, und ich kann mir nichts Nützlicheres vorstellen als einen Mentat-Herzog. Bist du in der Lage, dich jetzt schon für eine weitere Ausbildung zu entscheiden? Oder brauchst du noch etwas Zeit, um darüber nachzudenken? Ohne zu zögern, sagte Paul. Natürlich werde ich weitermachen. Das freut mich, murmelte der Herzog. Paul sah, wie sich ein stolzes Lächeln auf das Gesicht seines Vaters stahl. Doch das Lächeln erschreckte ihn. In diesem Moment erschien es ihm wie das Grinsen eines Totenkopfes. Paul schloss die Augen und spürte erneut, dass er auf ein schreckliches Schicksal zusteuerte. Vielleicht werde ich dieses Schicksal erfüllen, indem ich ein Mentat werde. Aber noch während er darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er auf dem falschen Weg war.